Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zu einer weiteren Folge von Sim Airport. Ich habe die Straße hier mal wieder rausgebaut aus unserem Bau. Hat ja nicht so ganz funktioniert. Ich habe mir aber schon weitere Gedanken gemacht, wie wir das jetzt machen könnten. Und zwar wird das hier ein bisschen umgebaut. Wir werden das hier nicht nach oben machen, dass das hier sozusagen in den oberen Stock geht. Sondern wir werden hier Rolltreppen nach unten bauen, dass wir sozusagen hier die Abreise machen und hier sozusagen die Ankunft. Genau, dass wir das einfach ein bisschen strecken, dass wir einfach, wie gesagt, hier die Straßen hier rein platzieren können, um unsere Ankunft. So, besser gesagt, unsere Anreise machen zu können. Dafür müssen wir ja aber auch schlussendlich diese ganzen Rolltreppen erstmal demontieren. Ja, das war ich jetzt natürlich. Und hier gehen wir auf Play. Ich kann das Fenster mal bitte hier hin. Okay. So, sehr gut. Ich denke ja mal, dass der dann... Wie machen wir das eigentlich hier mit der Straßenbahn-Kaltestelle? Weil da muss ja sowohl Anreise als auch Abreise hin. Uff, das ist jetzt ein bisschen heftig. Das ist jetzt ein bisschen heftig. Und jetzt kann ich... Der auf... Kann ich... Fußgängerüberweg... Warte, kann ich den bauen? Cool. Was sollen die über die Straße laufen? über die straße die lust über die straße eigentlich nicht dann machen wir die hier weg must be always at least 8 ja ja Nein, mach da mal wieder weg, bitte. Ah, jetzt. Drei, vier, fünf, sechs. Sehr gut. So, Delschen. Dann machen wir hier selbstverständlich die Heueltreppe nach unten, was aber wahrscheinlich nicht geht. Doch, geht? Krass. Hätte jetzt nicht gedacht. So. Durch Zaun oder Wanken hier? Ah, okay. Ich sehe. Ich sehe, Problem. Baut da mal. Okay, wir müssen mal, haben wir Bauarbeiter hier einstellen. So, furchtbar. So, viel zu lang. Das muss in der Nähe des Außenbereichs sein. Warte. So, jetzt machen wir mal weiter. Rolltreppe nach unten. So. Ja. Okay. Ja. Okay. Hier. Das ist noch die Wand. Okay. Dann müssen wir hier natürlich weiter einreißen. Dann können wir das alles entfernen. Das ist der zweite Stock oben, wach? Das muss in der Nähe des Außenbereichs sein. Wie genau ist das gemeint? Muss in der Nähe des Außenbereichs sein? Hä? Verstehe ich nicht. Was meinen die da damit? Okay. Jetzt glaube ich weiß ich was sie meint. Okay. Also, jetzt kommen wir hier auf die Doppelstraße. Ja, auf jeden Fall. Hier und hier. Sehr gut. Dann müssen wir noch mal reinreißen. Das soll ja die Anreise werden. Dann machen wir mal so weit. Sehr gut. Oh, ich muss mal unbedingt wieder nehmen, wenn wir ein neues Haus drauf müssen. Da geht es schon zum fünften Mal. Gut. Also. Äh, dies sind so oder so eh alle voll springen. Ah, ne, warte mal. Ja, doch. Dann machen wir das so rum. So. Dann haben wir hier diese Doppelstraße. Dann machen wir jetzt was mit D. Das ist nicht so was für ein Gehsteig. Ein Doppelstraße. So. So. Volltreppe nach oben. Für den Fundament. Okay. So. Dann kriegst du dein Fundament. Okay, sehr gut. Kann ich eigentlich mehr Infektionen machen? Ah, anreißen. Anreißen. Abreißen. Kann nicht mehr als drei Zonen erstellen. Achso. Ja, okay, dann machen wir das erst nachher. Abreißen. Ne, anreißen. So, gut. Dann das erste, was ich mache, ist... ...diese Antio erstmal wieder weg. Dann machen wir eine Rolltreffung nach oben. Hä? 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 Das wollte ich jetzt aber nicht so machen. Das ist hier ein Fundament. Jetzt mach der mir wieder... Hä? Wieso macht der mir da eine Band hin? Hä? Hä? Nein! Muss ich das alles weiter machen? Muss ich das bis hier ziehen? Das ist ja voll behindert. Ist ja voll behindert. Jetzt machen wir das weg. Ah, das sieht schon mal besser aus. So, eine Rolltreppe nach oben. Achso, da geht es nicht wegen. Hä? Wieso geht es nicht hier? Nein, dann machen wir es halt hier. Ist mir eigentlich auch egal. Ähm... Ich hätte das jetzt aber ein bisschen anders angeklaufen und ich hätte die noch... Jetzt muss ich da oben erst mal... Ja. Jetzt muss ich hier aus meinem Fundament da weiter... Und meine... So... So... Nein, wir machen immer so einen riesigen Ausstand. Oh, ne Witz. Also, Rolltreppe nach oben. Das machen wir hier genau so. Und hier... Ich nehme noch eine Rolltreppe... Und eine normale... Treppe... So... Sehr gut. Was auch immer... Warum die da auch immer Wände aufstellen? Keine Ahnung. Also, Bürgersteig... Ähm... Geht natürlich alle nach oben. Das ist natürlich klar. Ähm... Ja, genau. Ähm... Und hier ziehen wir jetzt die Band. Genau. Das Fundament muss... ... noch etwas erweitert... Äh... Fundament muss noch erweitert werden. Und zwar... ... mindestens mal... ... bis... ... hier. Ja. ... ... ... ... ... ... ... Ich stehe ein bisschen fern um. Na ja. Okay. Gut. So, jetzt haben wir aber noch die hier. Die wollen... Achso, genau, das sind die, wo... Wo wir sozusagen von der Straßenbahnhaltestelle kommen. Der macht eigentlich keinen Sinn noch. Switch Direction, Switch Direction, Switch Direction. So, jetzt lassen wir das einfach so. Ausbildliche Direction. Und ausreichend Grund. Weil ich jetzt da die Wand platziert habe oder was? Also jetzt... Also jetzt... Also jetzt... Wirklich, oder wie? Boah... Ach so geht. Nur so rum geht nicht. Ist ja lustig. Hm. Weil ich jetzt hier die Wand hingemacht habe. Aha, aha... Ist schon ein bisschen... Bisschen, ein bisschen... Ganz kurz viele zwei. Ja, dann mach die Wand doch mal weg. Ja, dann... Unkültige Platzierung. Hä? Warum denn das? Hä? Ich blick's grad nicht. Ich... Ich blick's grad nicht. Ach, weil die da die Wand aufstellen möchten. Uff... Uff... Alter Schwede... Ja, gut. Wir sind doch das auch. So jetzt haben wir es aber, jetzt machen wir wieder den Bürgersteig. So, dann fangen wir mal hier oben an, hier kommt unser Ticketing hin, erstmal, das heißt, ja, aber ich sehe es schon, ich sehe es schon, wir werden in der nächsten Folge anfangen mit dem Ticketing, schaltet euch da wieder ein, bis dann, tschüss.